22 Tage unter den Bomben. Von Dezember 2008 bis Januar 2009. Über 1200 getötete Zivilisten. 400 Kinder. Es ist kein Film, es ist kein Dokumentarfilm. Das Tagebuch von Vittorio Arrigoni. Das Zeugnis eines unaufhaltsamen Massakers. 19 Stimmen für 19 Kapitel. Ein historisches Dokument über ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ein Völkermord. Die Wahrheit darf nicht verschwiegen werden. Menschbleiben. The Reading Movie Die Wahrheit darf nicht verschwinden.